Garde gefallen. Beginner 11 und 12 und der geht's. Erlang führt Tim Dormann. Tim Dormann hier auf Platz 1. Da noch zwei. Anthony Benke, die Mädelsackerin hier. An der zweiten Position auf der 3G357, Leonhard Langen. Die letzte Gerade, erlang immer noch auf 1 Tim Dormann. Angeline Benke kommt jetzt auf, versucht jetzt damit vorbei zu ziehen. Jastela kommt hier auf Platz 1.